Und es geht direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Soraya ist gerade nicht anwesend, also sie ist zwar im Spiel, aber gerade nicht am Computer. Da werden wir sehen, ob sich das irgendwann mal meine reicht. Und da kommt sie zurück ran und versucht noch ein Champion zu wählen oder nimmt sie random, es ist ein Ranked Spiel und sie nimmt das komplett auf die leichte Schulter und hat nach, ich finde Braum echt gut. Du musst ihn nur finden noch mal, noch zweimal. Nachdem sie ihn jetzt geändert haben, finde ich ihn echt gut. Ich hatte zwei Silberhäuser. Wenn du ihn halt ausrüstest, dadurch, dass er sich jetzt wirklich zum weit entferntesten dreht und ihm dann zum Beispiel so was hier wie eine Thornmail gibst oder so. Na, kriege ich wieder ein Gold? Ne. Was haben wir denn hier? Assassin. Wollen wir mal Blut zu einem Assassin machen? Ich denke nicht. Nein. Nein. Dann springt sie ja nach hinten in die Gegner, obwohl dann kann sie Alandor und hochwerfen, wenn sie ganz viel Mana Rick und so hätte. Aber nee, nee. Das war halt noch. So. Sorcerer 2. Und von denen... Tja, von denen... Warwick vielleicht? Ich habe lange nicht mehr Warwick gespielt. Weil eigentlich will ich die Elise auch haben. Aber dafür brauche ich... Rrrr. Ich schließe mal ab. Wollen ja schließlich gewinnen, ne? Ah, der Ton wie alt. Boah, zwei Items. Jetzt muss ich aber... Grübeln. Machen wir mal... So. Und... So. Ist ja schon mal ein schöner Start. Da sehe ich schon mal so ein Assassinspieler da hinten rumgimmeln. Ist schon echt viel am Anfang, die dran hatten. Ah, dafür haben wir hier nur eine Goldmünze. Gib. Nee. Gib du. Okay, trotzdem zwei Items. Dachte mal, hey, kriegst du auch mal drei. Aber ist besser als das eine vorhin. Was haben wir denn hier? Wieder an der Elise. Nein, jetzt müssen wir eh warten. Würfeln. Würfeln. Ich fände Shen aber trotzdem eigentlich ganz gut. Aber irgendwie klappt er nicht ganz immer so, wie ich mir das vorstelle. Kann natürlich an der falschen Position liegen, aber irgendwie... Greift alle den Darius an. Obwohl, gut gemacht. Höhepulich. 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 We have to go! Und wir haben sowas wie... Raum Leona vorne? So rein hypothetisch. So, dann können wir wieder aufschließen. Juhepulich. Mach mal Ton an. Ist ja furchtbar. Alptap? oder willst jetzt erst mal so lassen was haben wir hier haben wir wieder ein tf kann man es gar nicht alles leisten was hier rumliegt schließen wir halt ab wir brauchen wir gar nicht und auch falls was vergessen kurz vor allem was einfach so so ach ja dann war ein t eine gute startkonvention zu sein aber ich glaube eher dass das an dem solari item liegt oder man stackt das einfach wenn man schafft vergessen zu würfeln wieder abschließen wir sind live hier nehmen wir jetzt aber schon mal drei sorcerer auf dem feld warum nicht ich glaube brauchen wir dann schennen ich glaube wir brauchen schenken gar nicht und Na gut, haben wir verloren, meine Güte. Was wollte ich denn gerade kaufen? Habe ich nicht irgendwas gesagt? Ja, habe ich. Das ist das. Oder lieber erstmal den da. Ja, erstmal die. Na? Gut. Ja. Zug. Also dann im Grunde mit Dämonen und Shapeshiftern. Dämonen wäre Morgana. Shapeshifter. Oh, da haben wir eine Morgana. Sehr praktisch. Zwei Morgana sogar. So. 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 Äh. Moment. So. 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 Das war der Schutzengel, ne? Ach, den wollen wir ihr doch geben. So. Ah, schön noch, dass man abgezogen hat. So. 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 Mal gucken, wie sich das agrotechnisch verhält eigentlich. Nee, ich glaube, wir sparen jetzt schon ein bisschen Geld. Das sieht momentan gar nicht so unzerkert aus. Mal gucken, ob sie jetzt nämlich Morgana zu doll fokussen. Ja, sieht dann auch aus. Heil dich, Elise. Heil dich. Ah, kriege ich den noch tot? Ja. Gut. So. 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 Nur physisch bis jetzt, also passt soweit. Toll. Fünf Goldmünzen. Weiß ja nicht, ob das so toll ist hier. Ja, fünf Goldmünzen. Das ist ganz schlecht. Ach, ich habe hier noch eine Spatula. Ja. Haben wir die schon mal zusammen? Dann brauchen wir ihn aber gar nicht mehr. Ah, das war glaube ich gar nicht so richtig, gerade da hinten zu stehen. Obwohl, ist egal. Ja, gut gemacht, Elise. Schön tanki tanki. Jawohl. Okay, das geht, wenn sie dann sogar längst stehen. Und wieder ein Stück nach vorne hier. Ja. So. Uh. Schließt Mama ab. Ja wohl. Müssen wir nur noch Skiwana aufs Feld bringen, ne? Was ist los? Varus? Varus? Oh, hier haben wir wieder eine Skiwana. Schließen wir wieder ab. Harry brauchen wir nicht. Warwick brauchen wir nicht. Dann können wir Skiwana kaufen. Und brauchen wir nicht abschließen. Hier zu Morgana stellen, glaube ich. Das selbst wenn sie nach hinten? Ja, ja. Oh, und jetzt schön Nidali Heal noch auf. Bum 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 bum. Was hab ich denn jetzt noch für ein Item übrig, verdammt. Ne, ich hab's fertig grad. Also wollen wir noch einer hiervon. Oder den. Oh, na doch den hm. Wollt dann lieber ihr das geben, oder? Wenn der war meint. Doch dann auf jeden Fall Morgana noch einen. Geh mal weg, Typ. Zack. Ne, sie hat ja dann sogar noch was von der AP. Falls wir noch einen Stab bekommen. Ne? Ich rede mit mir selber, ist okay. So ein bisschen. Wow, ich hab hier drei Veins. So. Ähm. Bringen wir Skiwana aufs Feld? Jo. Dann können wir jetzt nochmal würfeln. Ne. 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 Ich hab immer noch nur einen 1er Kassadin. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon ein paar mal dran vorbeigewürfelt hab. Geht's hier um die Stücke rum? Ja, weil er da nicht rankomm hinten an die Ashe, ne. immer ein bisschen schade aber ich habe hier ein art rox den brauche ich aber diesmal nicht oder statt dem kassadin aber dann fehlt mir ein sorcerer wir haben kassadin gefunden geht es schon wieder wie viele stehen einfach eigentlich links na gut ist eigentlich eine ausnahme mit 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 Wollen wir mal hohe Plätze jetzt mal wiederholen? Nix. Oh, müssen wir mal wieder umstellen hier. Aber eigentlich ist egal. Können wir eigentlich so lassen. Wird nur schlimmer. Sollen wir mal wiederholen? Chuu. Sollen wir mal wiederholen? Sollen wir mal wiederholen? Hehehe Lass mich ran hier! Gut, der geht auch. Aber wir warten mal noch. Eigentlich fehlt ein Fernkämpfer dann irgendwie. Ah gut, darauf bin ich grad gar nicht ausgehebt. Macht ihr keinen Schaden? Was macht denn der Recurve mit dem Negatron Mantel? Sterne wegnehmen. Könnte man Ludo geben? Was hört denn Ludo da draus? Oh na ahn. Brauchen wir nicht. Blademaster brauchen wir diesmal nicht. Du musst du meinen nicht verloren, ne? Ja gut. Jetzt erstmal, ne? Obwohl. Machen wir es so. Wenn wir grad keinen anderen haben. Ja. 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 Gut. Und einer ist raus. Sehr schön. Schogaf. 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 Für CC vorne. kann ich den Dämonen sehen. Statt ihm? Wir müssen jetzt mal kurz gucken. Oh. Er hat auch ne Morgana. Der hat ein Dämonen-Team. Ist ja ekelhaft. Der Varus-Imahel. Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn rausnehmen kann. Oh, da ist eine Wutklinge. Nett. Und ein Solari. Oh Mann. Na, schlecht. Schnapp dir die Wutklinge mal an. Ah, schade. Nehmen wir den hier. Hat aber ein nettes Item jetzt begrapscht, der Typ. Ne, wir warten noch nach der Minion Wave. Hi Mom. Ich bin kein Egel. Ja, doch. So ein bisschen, ja. Hm. Wer hast du, wer bist du? Mit dem Blitzcrank, okay. Blitzcrank. Hattest du da gerade ein 3er Darius und ein 3er Geren auf dem Feld stehen? Ja. Der Geren ist ein Lamiere 3. Ja, falsche Seite. Au, 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 au. Okay, der ist gefährlich. Nee. Wart halt so. Wart halt so. Ich glaube, wir drehen das mal für den guten da um. Hm. 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 Hmm. Hmm. Wieso geißt du denn sie an? Falsche Waffe. Verdammt. Falsche Siete meine ich. Oje. Wird er? Ja, momentan irgendwie. Ha. Jetzt nicht mehr gleich. Ich stelle im Grunde wegen dem einen anderen da ein Dauern um und irgendwie beißt sich das. Ja. 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 Das ist die letzte Morgana. Ja. Jetzt kämpfe ich natürlich gegen den der Link steht, ja? Ich habe jetzt eine 3 am Morgana. Mal sehen. Ja. 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 Da ist der dritte Arthrox. Der friert halt ein, der nervt. Obwohl, Gnar sollte ich nicht krabschen lassen. Jawoll! Bing! Und so immer weiter. Oder so ähnlich.